Schock und Ehrfurcht, Miriam Magillies gerät im Live-Fennsehen in Megan Makele. Die normalerweise sanftmütige Schauspielerin Miriam Magillies verblüffte das Publikum, als sie kürzlich bei einem Auftritt in der Graham-Norton-Show einen heftigen Angriff auf Megan, Herzogin von Sussex, startete. In dem, was viele als ihren bislang umstrittensten Ausbruch bezeichnen, beschrieb der Harry Potter star Megan nicht nur als sehr unhöflich, sondern stellte auch Zweifel an der Existenz der beiden Kinder des Königs. Aber bevor wir fortfahren, abonnieren Sie bitte und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke für Updates. Die aufrührerischen Kommentare kamen, als Magillies gebeten wurde, ihre Gedanken zum aktuellen Zustand der britischen Königsfamilie mitzuteilen. Oh Gott, wo soll ich überhaupt anfangen? Der 82-Jährige antwortete mit einem ironischen Lachen. Die Royals halten uns heutzutage sicherlich alle auf Trab, nicht wahr? Die Interviewin, die eindeutig die Gelegenheit für ein paar bekannte Zitate witterte, drängte Magillies sanft, ihre Ansichten näher zu erläutern. Nun, ich muss sagen, ich bin nicht sonderlich beeindruckt von Megan Magillie, begann die Schauspielerin und ihre Stimme nahm einen ungewöhnlich strengen Ton an. Ich habe sie ein paar Mal getroffen, wissen Sie, und ich fürchte, ich fand sie sehr unhöflich, mütterlich und spontan, wenn Sie wissen, was ich meine. Das Publikum schnappte hörbar nach Luft, zweifellos verblüfft über Magillies Bereitschaft, ein Mitglied der königlichen Familie öffentlich in solch scharfen Worten zu kritisieren. Aber der freimütige Schauspieler war noch lange nicht am Ende. Und wissen Sie, ich muss sagen, ich bezweifle eher die Existenz ihrer Kinder, fuhr Magillies fort und löste bei der Menge ein ungläubiges Keuchen aus. Ich meine, haben Sie sie jemals tatsächlich gesehen? Abgesehen davon, dass Megan noch nie den geringsten mütterlichen Instinkt gezeigt hat, finde ich die ganze Sache ehrlich gesagt etwas verdächtig. Norton, der von den aufrührerischen Bemerkungen der Schauspielerin sichtlich überrascht schien, versuchte sich einzumischen und das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken, aber Magillies wollte nichts davon. Ach komm schon, Graham, spottete sie. Sie können mir nicht sagen, dass Ihnen nicht aufgefallen ist, wie bequem diese Kinder anscheinend gerade rechtzeitig auf der Bildfläche aufgetaucht sind, um positive PR für die königliche Familie zu generieren. Ich meine, ehrlich gesagt, das alles stinkt nach einem ziemlich zynischen Werbegeg, wenn Sie mich fragen. Das Publikum brach in einen Chor aus schockiertem Gemurmel aus, wobei einige sogar ihre Missbilligung von Magillies Kommentaren zum Ausdruck brachten. Aber die unbeindruckte Schauspielerin machte unvermindert weiter, ihr Gesicht zeigte einen entschlossenen Ausdruck. Vergessen wir nicht, wie Megan ihre eigene Familie behandelt hat, fügte Magillies mit Vorverachtung trief in der Stimme hinzu. Sie aus ihrem Leben her auszuschneiden und sich zu weigern, sie öffentlich anzuerkennen, das ist einfach ein entsetzliches Verhalten, wenn Sie mich fragen. Kein Wunder, dass Sie so lautstark Kritik an der geübt haben. Als der Abschnitt zu Ende ging, versuchte Norton, das Gespräch in eine positivere Richtung zu lenken, indem er Magillies für ihre Offenheit lobte und feststellte, dass ihre Ansichten zwar konservärs, aber zweifellos aufrichtig seien. Doch der Schaden war bereits angerichtet und die sozialen Medien waren schnell voller Reaktionen auf die explosiven Kommentare der Schauspielerin. Einige lobten Magillies für ihre Bereitschaft, ihre Meinung zu äußern, während andere ihre Äußerungen als nichts weiter als unbegründeten Klatsch anprangerten. Wie zu erwarten war, waren Meggans glühendste Unterstützer empört und viele beschuldigten die Schauspielerin, an einer gezielten Verleumdungskampagne gegen die Herzogin beteiligt zu sein. Magillies ihrerseits blieb reuelos und sagte Reporterin hinter der Bühne, dass sie ihre Kommentare nicht bereue und dass sie zu jedem Wort stehe. Ich bin der Typ, der kein Blatt vor den Mund nimmt, und wenn ich glaube, dass etwas wahr ist, werde ich es sagen, erklärte sie trotzig. Megan Markele mag vieles sein, aber meiner Erfahrung nach gehören Echtheit und Aufrichtigkeit sicherlich nicht dazu. Nur die Zeit wird zeigen, wie sich diese jüngste königliche Kontroverse entwickeln wird, aber eines ist sicher, Miriam Magillies hat ihren Ruf als eine der freimütigsten und kompromisslosesten Prominenten der Branche festgefestigt. Und wenn die Vergangenheit ein Hinweis darauf ist, wird dies nicht das letzte Mal sein, dass sich die erfahrene Schauspielerin im Zentrum eines Medienstirms befindet. Spannende Musik Spannende Musik Vielen Dank.